ja dann herzlich willkommen zurück zum weiteren part von englwitz zwei lange ging sie weiter es wird doch nicht mehr so lange gehen ok aber ich möchte mindestens so viel mindestens das ziel erreicht dass ich den letzten vorgabe frage und ein bisschen benutze so als erstes machen wir den glücksturm stufe 5 müssen wir schaffen so wir haben erstmal eine ente bekommen ok du für fünf muss drin sein 13 juwelen oder soll ich aber auch versuchen so weit wie wir kommen einfach jolo und will einfach so weit wie möglich kommen so flash kriegen auch den super jackpot von drei von etage 30 von fahren wird ganz links ne ach so 5 ist das safe einmal schul gut ja übrigens sowieso nichts wieder ganz links 13 juwelen sieben ganz rechts 13 wählen noch mal ganz rechts ein schrumpfer zweiter von links ich wollte schon ganz links nehmen also glück habe ich gesagt ich habe schon ziemlich viel wir können das alles natürlich verlieren wenn wir einmal das schwein kriegen aber ich will einfach auf 30 kommen ich will ich will jetzt immer versuchen 30 zu kommen alles andere ist jetzt hier egal sind schon mal 13 es ist verloren wir können ja paar juwelen ausgeben das lässt wir sowieso nicht so lange andauert können wir ruhig bei juwelen ausgeben stufe 15 noch ein paar tut also ich weiß nicht ob es dann noch weiter geht wenn ich einmal verkraft ob es dann noch weiter geht auf jeden fall sind wir bei 6 wir haben die hälfte erreicht 150 uhr auf jetzt bin die belohnung richtig krass noch mal ganz rechts von bei juwelen ausgeben ich gehe ich weiß es ganz viele die wählen ausgeben oder diamanten wird immer wieder wie auch immer dass sie heißen mag ist auch egal wie sie über stufe 20 obst brille und die brille gefällt mir schon also das ist das objekt 50 federn 22 wir haben es geschafft ne dreimal früh ist die belohne wenn er sich krass hier dreimal enden 24 300 federn jetzt ist alles safe wir sind bei stufe 26 ne 35 uhr wählen und dreimal müssen wir noch glück haben 200 fehler noch mal wie viel fehler haben wir jetzt nochmals 2 oh mein gott oh mein gott wir schaffen es zwei mit chili wir haben die stufe 30 wir haben die stufe 30 ja besondere ist mehr egal kommen wir machen weiter 200 fehler noch mal 110 diamanten man bekommt durch eine tasche 1200 federn ich spiele weiter leute einmal können wir glaube ich noch 400 federn sobald wir einmal verkacken machen mache ich noch diese tasche zu ende und dann ist vorbei so zweimal die krone 110 diamanten alter stufe 37 sind wir wie weit geht es überhaupt ach du das federn wir haben 2400 federn ok jetzt machen wir jetzt ist schluss oder jetzt ist wirklich schluss ich will ich will es nicht riskieren komm jolo 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 alles weg alles weg ich wollte stufe 40 gerechnet aber ich dachte okay eine stufe schaffen wie easy ach nee gut dann werde ich meine juwelen wieder ansparen und dann wieder nochmal das versuchen diesmal dann auch wirklich auf 30 schluss machen ach das war richtig dämlich dazu leid leute haben wir das ja ich werde wie gesagt jetzt was okay das ist so neu noch mal 100 federn ach man alles weg immer schalten und belohnungen hier frau ne ja wie lang geht es hier noch so oder federn ja hier nochmal 100 federn hatte 2000 federn holen können ok 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 das ist ok 750 federn das ist immerhin wieder alles wieder zurückgeerreichte stufe 30 ja dafür gibt es 50 schwarze perlen neuer ernst na gut da wird nein falsch geklickt nein es lädt es lädt jetzt hier umsonst so jetzt habe ich wieder zurück zurück gespult bzw zurück zum menü gesetzt zurückgegangen wie auch immer und jetzt wieder hier ja wie es mal boss kampf übrigens 75 jemanden bekommen die eigen mir mir er will 39 oh man es ärgert mich so sehr ich bin aber jolo kommen einmal schaffen wir noch das ist für 40 gereicht aber nein alles ist weg ja jetzt bald das sieht ja voll easy aus das ist ja richtig geil dass das mit den astronauten hier aber wie gehen wir jetzt vor ich weiß es nicht ich würde sagen wir ach du scheiße ist das alles aber in die luft gegangen ist hätte ich das nicht gedacht ok ja das ist easy das ist easy wir nehmen die blauen aufs glas und dann haben wir schon sagt wir in die blauen wieder zurückbekommen so er ist auch easy bombe oder silber ich würde sagen silber so die müssen genug schade anrichten gut wir haben jetzt zurückbekommen ok jetzt kommen wir jetzt kommt wieder der boss kampf hier wo taucht der boss auf da hm wie machen wir das denn jetzt ok verstehe so kippt um kran na nicht ganz so gelungen wie ich es haben wollte da ist gar nicht so gelungen wie es haben wollte hm die blauen oder die bombe die bombe macht eher alles kaputt ne die blauen damit wir dort ein bisschen scheiden anrichten so zeigten kippt ihr hier um so die rakete ist schon mal einsatzbereit ok und hier wird damit die bombe durch kann so fall alles runter alles bereit ja alles dabei alles auf ihn alles auf ihn rauf so jetzt wieder überlegen ich sag mal tilde und ich schmeißt doch dann eine ha wir haben ihn besiegt die brett der nächsten boss haben wir damit geschafft natürlich haut wieder ein anderer schwein mit unseren eiern ab wie auch immer wieso auch nicht aber die ich jemals bekommen werde ich glaube nicht in diesem let's play ob bald haben wir nein danke ja also 43 ist der nächste boss schon ok wir müssen jetzt eine neue zauberkarte freischalten ne nein nur eine belohnung ok ich dachte ich werde eine zauberkarte aber eine gibt es glaube ich äh halt die fresse hier lass mich in ruhe gibt es eigentlich noch eine zauberkarte ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber da ist auf jeden fall hier der andere typ der dicke fett der typ den brauchen wir jetzt extremer so lange wenn ja dann werde ich den danach immer nur noch positionieren ja ich würde sagen wir pausieren einfach immer in der ladezeit ja sie dir ein zauber habe doch nicht freigeschaltet ich weiß auch nicht welche zauber sein wird ich weiß nicht dass wir das hier gewinnen werden und es sind drei etagen auch ok wo zack wo ne 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 als ob dieser dämische turm da noch steht so so zweite stufe hier die blauen hier die blauen ok die blauen die blauen noch nie es muss ich es geht das geht noch so schwierig ist es doch nicht dachte es wäre schon schwieriger so hier vier vögel jetzt für die letzte stufe da würde ich sagen würde ich ach tschak habe ich ja nicht ne ne ich nehme ich nehme silber so und dann kippt alles nach links um wenn es noch fallen würde so man ja ist verschwende ich einfach mal alles hier so tnt muss explodieren das ist jetzt damit müssen wir wieder drei sterne haben ne jawoll drei sterne ich bedanke mich jetzt schon für das zu sehen in dieser part endet hier ja werbung kann man nicht ausblenden ist das scheiße ich bedanke mich für das zu sehen wir sehen das in nächsten part bei angry birds 2 ich werde auf jeden fall so lange weiter ich denke ich werde bis level 50 mindestens noch weitermachen aber davor also bis level 51 wird spätestens jetzt kommen level 60 da wird das display enden danach geht es nicht mehr weiter weil ich das projekt gern beenden möchte das level 60 würde ich sagen machen wir durch ich bedanke mich für so sehen wenn es euch gefallen hat könnten leichter lassen wenn ich halt disliken ist ja euer recht und wenn ihr neu auf mein kanal seid und mehr sehen wollt dann gibt ein abo da dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten part euer mühf lp